Liebe Geschwister, alles umgebeten Allah, dem Herrn der Welten, von Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte einen Sklaven befreit, und dieser hieß Zayd, Zayd, der Sohn von Haram. Und dieser Zayd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er war ein Sklaven, und den hatte er befreit, alaihi wa sallam. Und deswegen nennt man das auf Arabisch, so eine Person mit einem Arabisch, Mawla. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist dann zu einem Mann gegangen, um ihn zu verheiraten. Das heißt, er hat für seinen Mawla eine Frau gesucht, und er hat um die Hand gehalten bei einer Frau, die heißt Zaynab, mit Jahsh, die für alle kämpft. Möge Allah mit ihr zufrieden sein. Wie macht man das? Man geht natürlich zum Vormund dieser Frau, und deswegen ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihrem Bruder gegangen, der da ihr Vormund war, das heißt ihr gesetzlicher Vertreter, der, der sie verheiraten darf. Und das war ihr Bruder Abdullah. Und er hat dann um die Hand seiner Schwester gehalten, aber natürlich ist etwas passiert, und zwar die Zaynab hat das falsch verstanden. Sie hat verstanden gehabt, dass sie verheiratet wird mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen war sie auch auf Anhieb einverstanden, denn wer würde solch ein Angebot zurückweisen? Daraufhin hat sie sich darauf vorbereitet, irgendwann hat sie dann gemerkt, dass es nicht um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht, sondern vielmehr geht es darum, dass sie seinen Mowla heiraten sollen, zwar Zaynab. Und da sie von Anfang an eine freie Frau gewesen war, zielte es sich nicht für sie, einen Mann zu heiraten, der zuvor Sklave war und nachher befreit worden ist. Und sie hat sich dagegen gesträubt und auch ihr Bruder Abdullah hat sich eingesetzt dafür und hat ihr Recht gegeben und er wollte nicht, dass seine Schwester diesen Ex-Sklaven, wie man so schön sagen kann, heiratet. Aber liebe Geschwister, sie haben dabei vergessen, dass dieses Angebot kam nicht von irgendjemandem, sondern es kam von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der von Allah sallallahu alaihi wa sallam geleitet ist und derjenige, der, wenn er etwas falsch machen würde, Allah sallallahu alaihi wa sallam ihn sofort zurechtweisen würde und darauf aufmerksam machen würde. Wäre es also eine schlechte Sache, hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht dazu eingeladen. Und sie haben das abgewiesen und haben nicht bei dieser Person, die um die Hand seiner Schwester gehalten hat, sie haben nicht darauf geachtet, ob sie Iman hat und dass er beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzogen worden ist und dass sie dadurch einen direkten Draht zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam haben werden und dass sie dadurch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer besuchen können und immer mit ihm in Kontakt stehen und sozusagen die Tür des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam für sie 24 Stunden geöffnet ist. Darauf haben sie nicht geachtet, sondern sie haben darauf geachtet, dass das ist eine freie Frau und das ist ein Ex-Sklave und wir verheiraten nicht unseren freien Menschen an irgendjemanden freien der Voreinsklave. Auf jeden Fall haben sie sich dagegen gesträubt und haben diese Einladung zur Heirat zurückgewiesen. Daraufhin hat Allah sallallahu alaihi wa sallam eine Ayah aus dem Koran herab gesandt. Und diese Ayah lautet, es steht weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau zu, wenn Allah eine Entscheidung getroffen hat und sein Gesandter, dass sie darin die Wahl haben. Das heißt, die Wahl haben zu entscheiden, ich mache so, ich mache es nicht. Und dann sagt Allah sallallahu alaihi wa sallam, und wer sich Allah und seinen Gesandten widersetzt, der ist in einen offenkundigen Irrtum verlaufen. Der ist in einem offenkundigen Irrtum. Das Interessante an dieser Geschichte ist, liebe Geschwister, dass es um das Thema Heirat geht. Und das Thema Heirat ist kein Thema, ist keine Ibadah. Heiraten ist eine weltliche Angelegenheit. Und prinzipiell Heiraten ist nicht Halal oder Haram oder Pflicht, meine ich, sondern Heiraten ist eine Sache, die macht man sicherlich, um seinen Iman zu vervollkommen, aber ist keine Sache, die an sich verpflichtend ist. Es sei denn, man braucht es wie die meisten Leute, dann müssen sie natürlich heiraten, dann muss man nicht dem Verbotenen verfallen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber an sich ist das Heiraten eine weltliche Angelegenheit. Und sie haben dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, nicht Folge geleistet. Und daraufhin wurden sie, sagt man, getadelt. Das, ganz zu schweigen von Leuten, die heutzutage versuchen zu trennen von religiösen Angelegenheiten und weltlichen Angelegenheiten und vergessen, dass die Religion sich Alhamdulillah in alle Dinge einmischt. Sie vergessen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns sogar gelehrt hat, wie wir mit welchem Fuß die Moschee betreten verlassen. Und sie vergessen, was weltliche Angelegenheiten angeht, wie man sich nach einem Toilettengang zu waschen hat. Und sie vergessen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns sogar beigebracht hat, wie man sich zu duschen hat. Und wenn sie dann sagen, da bin ich frei und da habe ich meinen eigenen Willen und da habe ich meinen eigenen Kopf und ich möchte ihn durchsetzen. Aus dieser Begebenheit lernen wir, liebe Geschwister, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, dann ist es verboten. Und man darf niemals sagen, oh Allah, das, wa riyadu billah, geht dich nichts an und ich mache in weltlichen Dingen, was ich will und religiöse Angelegenheiten meinetwegen. Nein. Der gläubige Mensch, der wahre gläubige Mensch ist ein Diener Abbas. Und das Wort im arabischen Diener bedeutet Abt. Und das Wort Abt genau zu übersetzen bedeutet Sklave. Manche Leute mögen das vielleicht nicht so übersetzen, aber wortwörtlich betäugen wir, dass Muhammad Allahs Sklave und sein Gesandter ist. Warum haben manche Leute ein Problem mit dem Begriff Sklave? Weil sie natürlich das anders verstehen, als der Islam diesen Begriff versteht. Und deswegen ist es manchmal sehr sinnvoll, diesen Begriff nicht mit Sklaven zu besetzen, sondern mit Diener. Je nach Umgebung, je nach Person, mit der du sprichst. Denn du möchtest ja nicht unnötigerweise Barrieren zwischen dich und anderen Personen aufbauen. Und deswegen kommt es immer auf den Kontext an, welches Wort man wie einer anderen Person mitteilt. Liebe Geschwister, der Prophet Sallallahu hat uns erklärt, dass die Gehorsam eine Eigenschaft des gläubigen Menschen ist, wie wir im letzten Hutba auch erwähnt haben. Wir haben gesagt, Gehorchen im Arabischen, das Wort Ata'a bedeutet, weich werden und sich führen lassen. Und ebenso hat der Prophet Sallallahu Alayhi wa Sallam das erläutert. Er sagte im Hadith von Al-Irbad Ibn Sariyya Radiallahu Ta'ala Anhu, er sagte, ihr sollt gehorchen, selbst wenn ein abyssinischer Sklave über euch eingesetzt würde. Dann sagte er, das Gleichnis eines gläubigen Menschen ist wie das eines Kameles, egal, eines Kameles dem Zügel angesetzt worden sind in seiner Nase. Denn egal, wo er hingeführt wird, er lässt sich führen. Dieses Kamel, liebe Geschwister, dieses große Geschöpf Allahs, ein Zeichen an sich oder für sich, wenn ihm Zügel angesetzt werden und ein kleines Kind kommt und versucht es zu führen, führt es. Und das Kamel läuft ihm hinterher. Also es spielt keine Rolle, ob das ein alter Mann ist oder ein jünger Mann ist, Hauptsache er zieht ihn und dann lässt er sich führen. Und ebenso der gläubige Mensch, er lässt sich führen von demjenigen Menschen, der ihm Allahs Religion beibringt. Egal, ob er ein alter Mann ist, ein jünger Mann ist, ein Araber ist, ein Nicht-Araber ist, völlig egal. Solange er spricht, was Allah sagt und was sein Gesandter Sallallahu Alayhi wa Sallam mal sagt, lässt er sich führen. Und deswegen haben wir Beispiele unter den Sahabern von Ibn Abbas und Ibn Uvar und andere, die sehr jung waren, und trotzdem hat man sie um Rat gefragt, weil sie eben reif waren im Verstand und ein Glauben hatten und weil sie Wissen hatten und Verständnis, richtiges Verständnis von der Religion. Liebe Geschwister, der gläubige Mensch lässt sich also führen, warum? Weil er dem Führer, der ihn führt, vertraut. Er vertraut ihm, weil er weiß, dass er nach Weisheit handelt. Er weiß, dass Allah subhanahu ta'ala, egal was er bestimmt, egal was er bestimmt, es ist weise. Und deswegen war es nicht weise, den Propheten sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sich von sich von seiner Frau getrennt und geschieden und da hat der Prophet sallallahu alaihi sallam sie geheiratet. Und so wurde sie zu einer gläubigen Mutter, zu einer Mutter der Gläubigen von uns allen, nicht nur das, sondern Allah hat dadurch das Adoptieren annulliert. Das Adoptieren im Sinne von, dass ich einen Sohn nehme und ihm meinen Namen gebe und ihn genauso in allen Angelegenheiten, ob es Erbe geht oder ob man die Frau sehen darf und ähnliches, so behandelt wie die anderen Söhne, das ist im Islam haram. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi sallallahu bewirkt. Hier sehen wir, wie viele Weisheiten dahinter stecken, wenn Allah etwas anordnet. Und manchmal wissen wir das nicht. Wir wissen, dass erst Jahre später finden wir heraus, wie sinnvoll das gewesen ist. Ich mache an dieser Stelle Stopp, aber an der zweiten Kutbe weiter. Barakallah Fikm Mug Allah wa ta'ala euch zuhören. Liebe Geschwister, alles so gebet Allah dem Herrn der Welt und Allah Sägen und Heil den Propheten Muhammad sallallahu alaihi was alaihi alaihi Geschwister, vor ungefähr drei Wochen hat sich etwas ereignet, was uns ein bisschen so ein Hadith des Propheten Ich hatte das in der letzten Khutba auf Arabisch angesprochen und habe das auf heute hinausgeschoben und zwar hat in Amerika, in der Stadt Ohio, hat ein Blitz eingeschlagen und dieser Blitz hat etwas ganz Besonderes bei den Leuten dort getroffen und zwar eine ganz große Statue. Diese Statue befindet sich genau vor einer Kirche und ihr könnt euch vorstellen, wenn es um eine Statue geht, dann geht es in diesem Fall um eine Statue von Jesus alaihi salam und diese Statue liebe Geschwister die wurde bis auf das Gerüst abgebrannt durch diesen Blitz der nichts anderes getroffen hat außer diese Statue natürlich keiner weiß wie Jesus wirklich aussah außer die Muslime weil es in den Hadithen beschrieben ist aber diese Statue wurde wie gesagt abgebrannt nur das Gerüst blieb übrig und auch das Kreuz wurde mit abgebrannt das hat uns erinnert liebe Geschwister an den Hadith des Propheten wo er gesagt hat dass eines Tages Jesus der Sohn der Maria herabsteigen wird getragen auf den Flügeln von zwei Engeln und dann wird er auf der weißen Minarette in Damaskus östlich von Damaskus hinabsteigen und dann hat der Prophet beschrieben was er machen wird unter anderem er wird das Kreuz zerstören und er wird das Schwein töten und drittens sagt er er wird die Jizje abschaffen und das ist der Grund warum ich diesen Hadith erzählt habe er wird die Jizje abschaffen was heißt das er wird die Jizje abschaffen das bedeutet heutzutage liebe Geschwister wenn ein Christ Christ sein möchte dann sagen wir zu ihm sei Christ fandst du kein Problem und wenn ein Jude Jude bleiben möchte bleibst du kein Problem du bist selbst für dich verantwortlich und wenn du gestorben wirst du wirst sehen was passiert mit dir denn jeder Mensch der als nicht Muslim stirbt wird die Hölle geht für immer aber wir sagen ihm wir können dich nicht zwingen weil selbst wenn wir dich zwingen würden das wäre ja keine Gottergebenheit das wäre ja gezwungen Allah würde niemand seinen Islam annehmen deswegen sagen wir mach was du willst und aber wir sollten wissen dass diese Regelung liebe Geschwister an die glauben wir weil unser Prophet das uns gesagt hat das heißt weil er zu uns gesagt hat jeder Mensch oder weil er gesagt hat oder weil Allah im Koran gesagt hat dass wir andere Menschen nicht zum Islam zwingen deswegen darf jeder Mensch seine Religion behalten darf im Sinne von diesem Leben aber die Konsequenzen muss er natürlich dafür tragen aber liebe Geschwister wenn Jesus zurückkehrt derjenige der von den Christen angebetet wird und angehimmelt wird und vergöttert wird wenn er zurückkehrt auf die Erde wird er der Erste sein der das nicht akzeptieren wird das heißt der Christ wird sich sehr wundern derjenige den er die ganze Zeit angebet kommt plötzlich zurück und sagt zu ihm ich akzeptiere nur wenn du den Islam annimmst sonst ich und er wird der Erste sein der sie bekämpft und warum habe ich das gesagt damit wir verstehen die Regelungen im Islam sind weil Allah etwas gesagt hat und nicht weil wir mit der Zeit gehen denn die Zeit ändert sich in 100 Jahren wird vielleicht hier in Europa oder anderswo ein ganz anderes Verständnis sein für Freiheit ich meine heutzutage schon wissen wir dass die Gruppen in Deutschland und anderswo werden hier nicht alle gleichmäßig behandelt sondern manche zum Beispiel die katholische Kirche sie ist eine anerkannte Körperschaft nicht jede Religion hier in Deutschland ist eine anerkannte Körperschaft das heißt diese Gerechtigkeit gibt es ja jetzt schon nicht aber was manche wie es vielleicht in 100 Jahren aushilfen aber der Muslim Alhamdulillah erhält sich an Allahs Wort und erhält sich an die Sünde des Propheten so wie die Menschen es damals verstanden haben und dann wird er niemals in die Irre gehen und er geht nicht mit der Zeit wenn es um religiöse Dinge geht wenn es um weltliche Dinge geht geht er mit der Zeit aber nicht wenn es um religiöse Dinge geht ich bitte Allah dass er mich und euch segnet und dass er uns unsere Sünden vergibt und dass er uns Recht leitet und dass er uns immer das richtige Verständnis gibt in der Religion den Einstigen der zum Stand ist und den zu bitten haben Aقول Bihak Tasmu'an Waistoghfirullah Waaklim Assalamualaikum